Könnt ihr mich erst fragen? Moment, ich muss mal hier ganz tief graben. Ja, das dauert schon sehr lange, ne? Können wir das nochmal wiederholen, das ist ja gelogen. Nein. Drei. Das ist erstmal gelogen. Aber ich weiß trotzdem mehr als du fünf. Ich bin raus. Okay, Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Pepe, Dolores Silva und Claudia Neto, mit der ich auch zusammengespielt habe in Voicebook. Not bad. Vier? Wie viele gibt es denn? Ja, das darfst du jetzt nicht wissen. Und wenn wir beide vier haben? Vier. Vier auch. Ich habe es zuerst gesagt. Ah, die Regel wusste ich nicht. Okay, hau raus. Also Haus 1 sind Nikki, ich, Jeannie und Stina. Haus 2 sind Irmi und Verena. Haus 3 sind Jella, Dilara, Ilaida und Jonna. Und Haus 4 sind Gary, Leo, Laura Freigang und Baba. Oh, fuck. Eins geht aber dann. Warum? Jonna ist zusammen mit Laga, Hannah und... Oh, wer ist denn noch bei den... Ah, Sophie Nachtigall. Ja. Schade. Ja, ich wollte, dass sie auch mal Punkte macht. Wir haben gerade mal zwei. Eins, eins. Okay. Oh, fangen wir mal bei zwei an. Drei. Ja, mach. Kann ich. Sporting Braga, Benfica Lissabon und Sporting Lissabon. Die letzten beiden hatten ja auch. Lissabon und Lissabon. Irgendwas mit Lissabon. Nee, beide wusste ich, aber ich hätte ja vier sagen müssen. Ja. Zehn. Boah, elf. Zwölf. Ja, hau mal was raus hier. Zeig doch mal, was du kannst. Mit deinem jungen Gedächtnis, hm? Ja, 13. Okay, dann darfst du anfangen. Okay. Ich gebe mal als Tipp, es sind auch genau 13. Oh! Okay. Ich zähl. Kara. Sheki. Sioke. Yanni. Dunsti. Irmi. Freigang. Ich. Verena. Wie viel habe ich? Neun. Zehn, sie von Ihnen. Äh, nein. Boop. 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 Die Zeit ist mein Problem. Und wieder ein Punkt an die Oma. Ich sag sechs. Ja, mach. Lynn Wilms, Dominiki Jansen. Du kennst die ganzen Boysburger. Ein und auswendig. Dann haben wir Rebecca Blomquist. Gerry Reuteler. Und... Oh oh. Eine fehlt mir. Oh, die Zeit. Ja, ja, warte. Äh. Oh nein. Ja. Äh, die Teutlerin. Klett. Die kann nicht gespielt. Ach. Ah, die muss ich... Na gut. Aber... Aber... Boah, ich hab so kein Allgemeinwissen. Zwei. Wo Portugal Landessprache ist. Oder Portugiesisch Landessprache ist. Ich kenne nicht Portugal. Portugal. Moment, ich muss mal hier ganz tief graben. Ja, ey, das dauert schon sehr lange, ne? Ja gut, komm. Portugal, Brasilien. Was wäre denn noch? Ähm, Kap Verde zum Beispiel? Ich wollte Kap Verde sagen, ja. Kap Verde, aber meine Mama doch, wusste ich nicht. Ich wollte wirklich Kap Verden sagen, weil das ist ja... Die ist so englisch. Das sind ja die Niederländen, äh, hier, ich war doch auf den Kap Verden. Ja, meine Mama auch. Aber ich glaube nicht, dass die Portugiese... Doch, die sprechen Portugiese. Ich hatte wirklich Kap Verden im Kopf. Können wir das nochmal wiederholen? Das ist ja gelogen. Nein. Richtig. Unentschieden ist doch fair. Na gut. Cool. Kap Verden, Mann. Kap Verden. Hätte ich vielleicht niemals draufgekommen. Ich bin ja schon froh, dass ich wusste, dass man in Brasilien Portugiesisch spricht.